Die chinesische Journalistin Gao Yu ist zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Gao Yu hat auch für die Deutsche Welle gearbeitet. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Limburg, dem Intendanten der Deutschen Welle. Herr Limburg, hat Sie dieses Urteil überrascht? Es hat uns leider nicht überrascht, weil wir davon ausgegangen sind, dass es ein hartes Urteil gibt. Aber wir hatten natürlich bis zuletzt die Hoffnung, dass die chinesische Justiz vielleicht doch ein Einsehen hat. Hat sie nicht gehabt. Dieses Urteil ist viel zu hart. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir sind bestürzt und verurteilen im wahrsten Sinne des Wortes dieses harte Urteil. Was bedeutet das jetzt für das weitere Vorgehen der Deutschen Welle? Die Deutsche Welle will weiter mit China im Gespräch bleiben. Allerdings werden wir die angedachte, geplante Kooperation mit dem Staatssender CCTV aussetzen.